Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Und der Recht, also müssen wir schon wissen, wie es funktioniert. Wir haben am 30. September 1989 im Fernsehen, wie ganz viele Menschen in Deutschland, die Rede von Hans-Dietrich Genscher auf dem Balkon gesehen und haben uns angeschaut, haben gesagt, jetzt ist die Gelegenheit für uns auch einen Schritt in die Freiheit zu machen. Und dann haben wir unsere Sachen gepackt und sind losgefahren. Das ist eine halbe Beispiele. Ah, das ist ein bisschen, bisschen nach unten. Das ist ein bisschen weiter democratic.